In Kreuzberg kennt man aus den Schlagzeilen hauptsächlich als sozialen Brennpunkt. Ein Viertel, das überwiegend türkisch besiedelt ist. Dass sich ausgerechnet hier viele Bewohner ihre Wohnungen kaum noch leisten können, überrascht, ist aber traurige Wahrheit. Eine Wohnung hat vor drei Jahren noch 750 gekostet, die soll heute 960 kosten. Ich bin auch selber im Moment Arbeitslosengeld-Zweibezieher und habe auch ein Schreiben vom Jobcenter bekommen. Ich muss versuchen, meine Wohnung unterzuvermieten. Das geht auch nicht. Ich habe zwei Kinder und selbst die haben keine Privatsphäre, weil sie ein Zimmer beide teilen müssen. Etwa 1000 Sozialmieter der GSW und Hermes Hausverwaltung sind betroffen. Viele opfern bereits 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Einige Bewohner haben als Konsequenz ein Protestcamp gebaut. Aus schlichten Holzpaletten. Hier wolle man so lange bleiben, bis die Mieten runtergehen. Es gehe den Protestlern aber nicht nur um die eigenen Probleme, sondern um die Mietpolitik des Senats in Berlin allgemein. Also er will einen Neubau machen. Da muss man mal gucken, was da genau geplant ist. Er will die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften anweisen, sozialer zu verfahren. Dann geht es um die Zweckentfremdungsverordnung. Da will er auch ein bisschen dran schrauben. Aber er macht eigentlich praktisch nichts für die Bestandsmieter, weder in dem Vergleichsmietensystem noch in den sozialen Wohnungsbau, was wir hier am Korpusner Tor sind. Dass nun alle nach Marzahn ziehen müssen, könne doch nicht ernsthaft gewollt sein. Wo bliebe da die Berliner Mischung, mit der ausgerechnet Politiker und Tourismusvermarkter im Ausland gerne werben? Tag und Nacht im Wechsel kampieren die Mieter nun in der Hütte, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Sympathisanten kommen vorbei, darunter auch Politiker wie der grüne Öcan Mutlu. Stellen Sie sich vor, ein Kreuzberg ohne Türken, das ist wie Salz ohne Suppe. Und diese Kultur, diese Lebendigkeit, die dieser Bezirk hat, verdankt es auch der multikulturellen Zusammensetzung dieses Bezirks. Trotz politischer Unterstützung wartet die Mietergemeinschaft Kotti & Co. bislang auf eine Antwort von Senator Müller. In einem Brief hatte sie ihn aufgefordert, die Mietobergrenze für Sozialwohnungen wieder einzuführen. In einer Pressemitteilung habe der Senator dieses Vorhaben jedoch als unbezahlbar bezeichnet. Für alle 150.000 Sozialwohnungen könnten das 100 Millionen Euro jährlich sein. Offensichtlich ist genug Geld da im dreistelligen Millionenbereich, um diverse Prestige-Großprojekte durchzuboxen, auch gegen den Widerstand der Stadt. Da muss Herr Wovereit wohl eindeutig mal seine Prioritäten überdenken. Senator Müller war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen. Auch die Hausverwaltung Hermes und die GSW halten sich bedeckt. Bei der Wohnungsgesellschaft GSW wurde lediglich darauf verwiesen, dass es sich hierbei um Probleme einzelner Mieter handeln würde. Doch die Holzhüttenbewohner werden so schnell nicht aufgeben. Sie haben eine Internetseite eingerichtet und planen weitere Aktionen. Der Kampf geht weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017